Zuerst legen wir im Uhrzeigersinn ein Auge. Dann führen wir das lose Ende von unten durch das Auge, das wir gerade gelegt haben. Darauf achten, dass das neue Auge groß genug ist. Anschließend führen wir das lose Ende hinter dem festen Ende durch und von oben wieder durch das kleine Auge. Zum Festziehen müssen wir gleichzeitig mit einer Hand am festen Ende und mit der anderen Hand am losen Ende und am parallel verlaufenden Seil des großen Auges ziehen. Und fertig ist der Palsteak. Der Palsteak bildet eine sich nicht zuziehende Schlaufe. Er wird zum Beispiel zur Befestigung an einem Pfahl oder an einem Ring verwendet.